Am späten Nachmittag des 15.04.2024 kam es im gesamten Bonner Stadtgebiet zu ca. 60 sturmbezogenen Einsätzen für die Feuerwehr, wie mehrere umgestürzte Bäume die Straßen versperrten und von der Feuerwehr beseitigt wurden. Auf der Mittelstraße stürzte ein Baum auf das Dach eines Mehrfamilienhauses und drohte auf die Straße zu kippen. Der Baum wurde mithilfe des Feuerwehrkrans entfernt. In der Nonnen-Strombergstraße bekrub ein umgestürzter Baum mehrere Fahrzeuge unter sich. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.